Wir haben 33 Grad Zeitwetter App und sie fühlt sich an wie 41. Das kann man sagen. Also in der Sonne ist es über 40 Grad vom Gefühl her. Geniesse wir hier noch ein bisschen. Geh rein. Liesam öffne dich. Wir sind jetzt in der Bahn Liesam. Vorsicht. Strom haben wir auch. Hier gehen wir jetzt weiter. Aber wir schauen mal in die Foren. Ja. Schön sieht es da vorne aus. Hier sind wir reinkommen. Schaut jetzt in den Häusern. Es sind überall Häuser. Genau da kommt jetzt der Pool. So wie ich es in Erinnerung habe. Genau. Super. Super schön. Wann ist denn das gebaut worden? 15 Jahre. Liesam autos. Ja. So. Wir sind hier. La Ur. Die Wurst dort hinten. Sieht hier ein bisschen lustig aus. Hier ist ein Restaurant. Und hier essen. Also die Umgebung sieht nicht so schmackhaft auf. Aber das Essen wird super sein. Jetzt sehen wir es eben.